Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 13. Januar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1299. Heute mit den folgenden Themen. Google Home, AMD, Coinbase, App-Sperren, Aral, DeepL und Ikea. Dann starten wir gleich mit Spieglein, Spieglein an der Wand. Und wer knallt am schönsten ins ganze Land? Nicht ganz, aber die Ikea ruft Spiegel mit dem Namen Lettan zurück. Weshalb, warum? Weil sie kaputt gehen könnten. Und da bei Ikea Sicherheit an oberster Stelle steht, hat man die jetzt eben, wie gesagt, zurückgerufen. Solltet ihr solche rechteckige Spiegel bei euch zu Hause im Besitz haben, dann schaut man nach, ob der Datumsstempel bei 21.05 ist. 21 steht für das Jahr und 05 für die Kalenderwoche, in der der Spiegel produziert wurde. Die haben nämlich Probleme und die können ausgetauscht werden. In dem Fall wünsche ich fröhliches Nachschauen und Austauschen. Seid vorsichtig, Glas ist im Angriff. Google Home Smart TV Bedienungselemente sind nun offiziell für alle verfügbar. Das heisst, in der Google Home App solltet ihr neustens, sofern ihr die aktuellste Version drin habt, euren Fernseher sehen können und da laut leiser Mute, Unmute, Ein- und Ausschalten, Play, Pause und Channel Switch und solche Geschichten machen können. Das Coolste, wie ich finde, ihr könnt auch die HDMI und andere Eingänge auswählen und ansteuern. Darauf freue ich mich. Ich gehe gleich mal nach Hause und schalte mal meinen Google-Fernseher rein. Mal schauen, was da passiert. Also ich habe kein Google-Fernseher für all diejenigen, die jetzt denken, aber einen mit Android-TV drauf, das ich sozusagen nie brauche, weil ich eine Apple-TV habe. Aber ja, gehen wir weiter zum Durchgeschmorten. Nein, es geht nicht um das Mittagessen, was ihr in vielen Stunden dann bei euch auf dem Schreibtisch auf dem Tisch habt. Es geht um Treiber, genauer gesagt geht es um Grafikkarten. Und die sollen und oder wollen oder tun es leider Grafikkarten durchschmoren. Microsoft-zertifizierte AMD-Treiber bringen eben genannte Grafikkarten zum Schmelzen. Wie passiert das? Ja, ein bisschen zu viel Überlastfehler in der Firmware und dann kann es leider passieren. Rund 60 Stück hat einen Bericht zusammensammeln können. Insgesamt sollen über 60 eingesammelt worden sein und 48 davon seien schon komplett durchgebohrt oder durchgeschmort, sodass man sie eben nicht mehr nutzen konnte. Die sind tot. Somit solltet ihr eine AMD-Grafikkarte haben und gerade ein Update angeboten bekommen, überlegt es euch zweimal und googelt es zuerst ein bisschen danach. Es könnte sein, dass es eine von diesen ist. Unschöne Neuigkeiten gibt es für Mitarbeitende der Firma Coinbase. Nachdem im letzten Jahr schon fleissig gestrichen worden ist, nämlich im letzten Juni 1100 Stellen, sowie dann irgendwann im November nochmals 60 gehen jetzt nochmals knapp 1000, genauer gesagt 950, was circa 20% der Belegschaft ausmacht, leider über die Kündigungsschiene. Die dürfen nicht mehr weiter fürs Unternehmen arbeiten. Coinbase begründet das damit, dass sie eben sparen müssen und sich auf den aktuellen Kryptowinter ein bisschen einstellen, so, dass sie wieder handlungsfähig sind und vor allem, dass es wieder nach vorne geht. Die Börse hat es auf jeden Fall schon mal belohnt und es war gestern zumindest bei mir im Portfolio bei Coinbase wieder ein bisschen grüner. Aber da ist noch einiges Luft nach oben. Ich bin mal gespannt, wie sie das Ganze in der nächsten Zeit meistern werden und oder hoffe nicht, dass sie irgendwann in Richtung FTX und sowas ähnliches gehen müssen, wie andere Kryptobörsen, die dann eben zugegangen sind. Wir gehen weiter mit Apple und die wollen oder müssen, muss man sagen, zukünftig mehr über App-Sperren in fremden Ländern kommunizieren. Weshalb? Ja, das wurde an der letzten Aktionärsversammlung so bestummen oder abgestummen und dann durchgeführt. Jetzt hat es Apple umzusetzen. Laut Aktivisten oder Kritikern ist es nicht genug, aber Apple sagt zumindest, in welchen Ländern sie welche Apps gesperrt haben. Da dürfen wir gespannt sein. Das gibt sicherlich das eine oder andere Blogposts da draussen bei den zahlreichen News-Bloggern. Dann gibt es Neuigkeiten für alle Aral-Tankstellen Nutzenden. Wer die App RIT, also R-I-G-D, nutzt zum Tanken, der kann zukünftig direkt an der Tanksäule bezahlen, muss nicht mehr reingehen und oder den Schalter benutzen. Nein, das geht jetzt alles über die App. Da bin ich mal gespannt, ob da der Mike eine näher hat, als dass er sie bis jetzt hatte, weil den letzten Dienst konnte er ja bei sich zu Hause nicht nutzen, der das unterstützte. Bei DeepL gibt es Neuigkeiten, nämlich in Form von Einschränkungen. Zum einen haben sie mehr Geld geraced, mehr Geld zusammenbekommen. Man munkelt etwas um die 100 Millionen, so sagt zumindest TechCrunch. Aber vor allem gibt es neue Restriktionen. Der normale Account über die App ist noch nicht umgesetzt, aber im Web kann im freien Modus, also wenn ihr da nicht einen Account habt und bezahlt, nur noch 3000 Zeichen pro Übersetzung mitmachen. Bis dahin gingen 5000. Also es wird ein bisschen mehr eingeschränkt. Kann man gut machen, weil solche Dienstleistungen brauchen natürlich Server und Mitarbeiter und, und, und. Und das will auch irgendwie bezahlt werden. Ich habe mich über Weihnachten ein Jahr dazu entschlossen, nee, es war schon im November, genau, da ein Abo zu machen und bezahle jetzt da monatlich irgendwas um die acht Währungseinheiten oder sowas. Glaube ich zumindest. Nee, doch fünf. Ja, auf jeden Fall ein paar Euro und kann da meine Übersetzungen dann machen. Und zwar nicht nur ich, sondern auch meine Mädels für die Schule. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und vor allem bald schon ein tolles und schönes Wochenende. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.